KLAT bietet Fördertechnik für Krankenhäuser, Flughäfen, Post- und Paketdienstleister sowie für die Industrie. Vom Stahlbau über Förderanlagen bis hin zu Rechner- und Steuerungssystemen fungiert KLAT als Generalunternehmer oder Partner. KLAT bietet die Vorteile eines inhabergeführten Unternehmens, ohne auf die Qualitätsprozesse eines Konzerns zu verzichten. Untertitelung des ZDF, 2020 Ob Neubau oder Retrofit und Modernisierung, KLAT bringt langjährige Erfahrung in Ihr Projekt ein. Planung, Entwicklung, Realisierung und After-Sales-Service – KLAT übernimmt auf Wunsch den Gesamtprozess. KLAT ist ein Generalunternehmer, der im Detail mitdenkt. KLAT 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 KLAT